Okay Leute, es geht weiter. Äh, wie konnte man wieder angreifen? Achso. Aber ich glaube, hier im letzten Part habe ich ein Level abbekommen. Den haben wir auch getötet und komm her. Sogar haben wir unser Schwert so aufgelevelt. Ey du... Scheiße, ich bin gleich tot. Komm her. Komm her, nochmal. Okay, geschafft. Und können wir mit legierten Waffen mal verletzt zweimal... Warte, was ist gerade runtergefallen? Hm, egal. Was kommt denn hier als tätige geile Schalter? Zerbricht die Kirsten. Äh, okay. Achso. Ich muss die Kisten zerbrechen. Hä? Gibt's noch Kisten hier? Ich hab da schon alles erledigt. Achso. Ah, Mann. Mann, wegen der scheiß Zeit. Verdammte Scheiße, nochmal. Ja, ich hab jetzt weniger bekommen. Ich weiß. Mann. Ich musste schneller sein. Vernichte alle Ziele. Also, alles vernichten, was in meine Bahn kommt. Okay. Okay, alles vernichten. Okay. Okay, das ist jetzt irgendwie eine Leichtaufgabe, aber trotzdem. Bestimmt kommen noch mehr Kisten. Wusste ich doch. Und noch eine. Wie viele Kisten wollen noch kommen? Okay, das haben wir jetzt auch geklärt. Zeitbonus. Super, super. Haben wir was bekommen? Okay. Oh. Was ist das denn? Scan. Oh, ein Katana. Oh, das will ich mal sofort... ...wenn ich sofort hier... ...versterben hier. ...männer. Waffen. Schwert. Hier. Hm. Wo ist mein anderes Schwert? Ah, hier. Blitz. Das ist jetzt stärker, oder? Oh. Das sieht Hammer aus. ...hatte. Jetzt wieder zu Waffen. Ah, ich konnte auch an die Seite zurückgehen, aber egal. So. 40. Aber geh mal das hier. Komm her, geh da rein. Komplexschwert. Hm, okay. Das ist jetzt komplexe. Haha. Männerschwert. Das ist so ein Männerschwert. Und was wird das aus diesem gerechtigten Katana? Oh, super. Oh, super. Ach so. Ich muss jetzt wieder zurückgehen und das ablegen, dieses Schwert. Okay, dann mach ich mal das auf die linke Hand. Jetzt hab ich zwei Schwerter, die ich tragen kann. Oh, das ist so geil. Und weg. Super. Guckt euch das an. Katana und mein Gerechtigkeitsschwert und alles. Oh, das ist so geil. Besiege alle Sch... Besiege alle Sch... Besiege alle Schalte, okay. Besiege alle Gegner. Ha, scheiße. Okay, komm her. Oh, ich glaube, der ist stärker geworden. Du Spasti, verpiss dich. Danke. Okay, das haben wir auch geschafft. Zeit Bonus. Schlage alle Gegner. Mal verletzt. Nein. Gesamt 2000 Punkte. Ist sowas Gutes. Und wo ist das Scheißmonster? Wo bist du? Okay, Trainingsplatz 6 haben wir auch geschafft. Besiege alle Gegner. Fünf Ausweich einsetzen. Wie ausmau... Ah. Wie kann man dann ausweichen? Wenn ihr mit doppeln links... Egal, ich töte euch einfach. Angriff ist die beste Verteidigung. Boah, das Schwert ist zu geil. Es macht zu viel Schaden. Und... Bäm. Stirb hier... Mir... Weg mit dir. Und du, komm her. Komm her. Okay. Seht mal... Seht euch mal den Schaden an. Bäm. Weg mit dir. Und du auch. Erhöhte Attacke. Okay, Level Up haben wir dazu bekommen. Also gibt es wirklich in diesem Spiel Level Ups. Okay. Und... Bäm. Training. Haben wir es geschafft. Kein Ausweichmanöver geschafft, aber trotzdem. Gesamt. Ja, geht ja noch. Boah, da kommt das Ungeziefer. Zeit, meine Kraft zu entfesseln. Schlage meine Seite in Buch der Berufszeigung auf. Und was jetzt? Berührt dieses Symbol und ich werde... Meine Kraft zeigen, okay? Ja, zu geil. Habt euch den... Ha, habt euch den Falschen ausgesucht. Jetzt, Rocksatz, setzt meine Kraft ein, um sie hinwegzufinden. Aber ohne Mystic-Punte kannst du sie mal wieder nicht einsetzen. Okay. Hm. Finde ich da alle Ziele. Level Bandit, ohne zu töten. Was ist das denn? Wo ist dein Rempo? Wo war dein Rempo? Wo war dein Rempo? Warte, kann ich eigentlich speichern? Speichern. Daten wurden gespeichert. Okay, aber... So. Ja, ich weiß, das macht dir Spaß. Aber richtig jetzt. Ich glaube, das muss man jetzt einsetzen. Nochmal. Er hat da gesagt, ohne zu töten. Aha, Mann, Mann, Mb, okay. Okay, ich töte jetzt mal. Er hat mich dieses Teil gerade angegriffen. Was ist das Ziel dieses Levels? Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Okay, haben wir es geschafft? Maus weg. Ohne zu töten. Mal verletzt. Ah, neuer Rekord. Okay, eine Bronzemünze. Wie viele Levels kommen noch? Ich glaube, zwei Stück noch. Bis egal, Gegner. Mehr als... ...zehn Vollis? Mach du Scheiße. Was ist das denn? Spiel verloren? Fortsetzen. Hey, das Teil hat mich mit Einschlag getötet. Okay. Ich werde nichts ausprobieren. Ich werde dich einfach töten. Weil du mich aufregst. Komm her. Okay, du bist weg. Und komm her. Warte, kann man das eigentlich... ...diese Teile hier benutzen? Nein. Scheiße, diese Teile machen voll wie einen Schaden. Komm her, du scheiß Spinne. Wegen dir bin ich gestorben. Oh, das Teil hat mich fast getroffen. Okay, komm her. Ja, stirb hier weg, ja. Und wo ist das andere? Mann, die Teile regen mich vorauf, diese Kugeln. Das ist voll gefährlich. Die haben mich mit Einschlag getötet. Verdammte Scheiße. Ja, zu Glück habe ich gespeichert. Zu Glück. Bäm, weg. Okay, geschafft. Das haben wir jetzt auch noch geschafft. Super. Okay. Okay, es geht jetzt weiter. Entzünde alle Fackeln. Ohne Waffeneinsatz. Wie soll ich die... Ah, ich soll die jetzt Rambo benutzen. Du brauchst Feuerkraft, um die Feuerkraft zu nutzen. Nimm du eine Feuerkurt in deine Waffe packst. Äh, okay. Ich muss ein Feuerkurt in meine Waffe... Ah. Warte, wen habe ich das wieder gegeben? Geister? Hat sie... Nein, nicht du. Charaktere. Spieler. Oh, Mann. Das sind wir im nächsten Part weiter. Tschüss.